Taugt der neue Gerd Kommer ETF, was das werden wir uns heute anschauen und mit dem Vanguard Futsi All World und einigen anderen ETFs genauer vergleichen. Und damit herzlich willkommen, ich bin euer Thomas aka Sparkoyote. Ja, der Gerd Kommer ETF ist vor kurzem, vor gut einem Monat rausgekommen und ich lasse es mir nicht entgehen, diesen etwas genauer mit euch anzuschauen. Dafür springen wir zuerst auf die Webseite von Gerd Kommer, wie er seinen ETF mehr oder weniger beschreibt. Das ist nämlich dieser L&G Gerd Kommer Multifaktor Equity ETF. Diesen ETF gibt es in zwei Varianten, in der thesaurierenden Variante und in der ausschüttenden Variante. Und er soll punkten als eine sogenannte Welt AG, denn damit investiert man in die ganze Welt. Denn dieser ETF hat über 2000 Unternehmen, also Einzelaktien in diesem ETF. Er schaut auf eine BIP-Ländergewichtung, Multifaktor Investing, das ist ja wofür er auch bekannt geworden ist in der ETF-Stratosphäre. Es ist ein All-Cap, All-Market ETF, das heißt die ganze Welt wird wirklich abgebildet, daher auch der Name oder der Name Welt AG in Anführungszeichen. Das ist also ein echter ETF, der physische Index-Replikation macht ein Loser-Screen, gibt es also auch, das heißt Verliereraktien werden direkt auch rausgescreent und einen leichten ESG-Filter. Dazu aber später nochmal mehr. Damit bepreist er seinen eigenen ETF, er macht hier noch einen Cross-Vergleich, wo man sieht, okay, was bietet sein ETF? All-Cap, All-Market, Multifaktor Investing, BIP-Ländergewichtung, Ultradiversifikation, ja Ultradiversifikation, ich weiß nicht, ob das ein offizieller Begriff ist. Und ich weiß auch nicht, warum ein Vengatutsi All-World nicht eine Ultradiversifikation hat, aber ja, das fließt nicht mehr offen. Dann der wichtigste oder einer der wichtigeren Punkte, Kosten 0,5% der kostet dieser ETF pro Jahr, egal ob in der ausschüttenden oder thesaurierenden Variante. Und insgesamt ist dieser ETF natürlich sehr, sehr, sehr beliebt und in aller Munde gerade aktuell, seit er rausgekommen ist. Schauen wir uns das Ganze mal an. Das ist jetzt hier erstens mal der Accumulating ETF, also der thesaurierende, aber hier auch die oder derselbe ETF mit der ausschüttenden Variante. Der ausschüttende ETF hat gerade aktuell 11 Millionen Euro oder US-Dollar in diesem Fonds und der andere, der thesaurierende, bei 49 Millionen. Und ja, inhaltlich sehen die gleich aus. Das heißt, wir werden jetzt hier nicht beide anschauen müssen, aber wenn wir mal so ein bisschen reingehen und uns angucken, was in diesem ETF drin ist, dann fällt uns auf, die zehn größten Positionen sind übliche Verdächtige, mit dem großen Unterschied, dass diese Positionen ungefähr 1% und nicht mehr als 1% sein sollten. Denn das ist auch ein großer Punkt, den der Gerd Kommer ETF vollbringen möchte. Durch ein vierteljährliches Rebalancing werden Titel oder Aktien, die mehr als 1% durch die Performance erreicht haben, wieder gerebalanced. Das heißt, der tier Meta-Plattforms sollte es beim Rebalancing-Datum immer noch bei über 1% sein werden. Alles, was über diesen 1% ist, umgeschichtet wieder in andere Titel. Daher auch so dieses Thema Überdiversifikation oder vielleicht auch daher dieses Thema Ultradiversifikation. Dann vergleicht man jetzt zum Beispiel nämlich einen Vanguard Futsal World, den typischen, den man so kennt, mit 0,22% tier, also deutlich, deutlich kostengünstiger als jetzt zum Beispiel dieser Gerd Kommer ETF. Dann sieht man nämlich bei der Aufteilung, dass Apple mit 4,47% oder Microsoft mit 3,91% und Amazon mit 1,81% und Nvidia mit 1,55% deutlich, deutlich mehr als 1% drin haben. Das Spannende dabei ist, dass dieses Verkaufsargument jetzt hier im konkreten Beispiel lediglich auf, ich sage jetzt mal, wenn man Alphabet noch mit dazu nimmt, auf 6 Titel heruntergebrochen wird. Alle anderen Titel im Vanguard Futsal World sind letztendlich ebenfalls unter diesen 1%. Jetzt kann man natürlich darüber streiten, ob und wie jetzt das tatsächlich dann zu einer Überperformance führt. Natürlich, wenn jetzt Apple überdurchschnittlich gut performt, was es die letzten Jahre natürlich gemacht hat, dann ist es natürlich so, dass ein größerer Anteil von Vorteil ist vom Portfolio. In dem Moment aber, wo der Markt schwenkt und natürlich das Ding ist, dass wir einen Anteil haben, der weniger als 1% ist und die Apple-Aktie schlechter performt, wir eine deutlich, deutlich, deutlich einfache und auch bessere Performance erzielen werden, weil wir Apple nicht so übergewichtet haben und in einer schlechten Marktphase dann natürlich das Portfolio respektive der ETF weniger nach unten gezogen wird. Aber das ist natürlich dann auch wiederum so, ja, wann performt der Markt schlecht, wann gut. Das heißt, dieser ETF, der Vanguard Futsal World, wird einfach höhere Performance erzielen in den guten Marktphasen, wenn es eben Apple, Microsoft, Amazon und Co. gut geht. Und in schlechteren Marktphasen wird es natürlich im Vergleich jetzt zum Gerd-Kommer-ETF vielleicht dann auch überdurchschnittlich schlechter performen. Aber vielleicht gleicht sich das dann eben wieder aus mit der Überperformance in den guten Zeiten. Das kann man jetzt hier natürlich schwierig sagen. Man hat auch tatsächlich keine großartige historische Performance jetzt zum Gerd-Kommer-ETF. Sei das jetzt der Ausschüttende oder eben der Tesaurierende, der ist nämlich erst seit dem 15. oder respektive 14. Juni lanciert. Das heißt, wir haben hier wirklich keine historischen Daten so gesehen für diese beiden ETFs, den Ausschüttenden und den Tesaurierenden. Wenn wir vielleicht auch ins Factsheet des einen ETFs gehen, ich habe jetzt hier nochmal das Factsheet offen vom Tesaurierenden ETF, sehen wir nochmal die laufenden Gebühren 0,5%. Wir sehen auch, wie der ETF oder welchen Index dieser ETF nachrepliziert. Das ist der Solactive Gerd-Kommer-Multifaktor-Equity-Index, den er hier hat. Und wir sehen dann auch, wie die ganze Länderaufteilung ist mit USA, Japan, Großbritannien, Deutschland, Indien, Frankreich, Kanada, Schweiz, Australien und sonstige. Sind ungefähr 20% in Schwellenländer investiert. Und wir sehen eben hier diese 1%-Regel sieht man hier relativ gut. Das heißt jetzt eben demnächst werden wahrscheinlich Meta, Apple, Microsoft und Co. dann gerebalancet zum nächsten kommenden vierteljährlichen Rebalancing-Datum. Ob und wie fern das zu einer besseren Performance führt, ist meiner Meinung nach tatsächlich fraglich. Denn Überperformance grundsätzlich, und das sieht man auch bei vielen Indizes, aber auch bei vielen Formmanagern, basiert auf einzelnen Titeln, die exorbitant überperformen und tatsächlich deutlich mehr als 1% im Portfolio ausmachen. Schauen wir uns nochmal das Tim Schäfer-Portfolio an, was wir beim Dividenden-Donnerstag angeschaut haben. Auch dort wenige Titel, sei es jetzt SAP, Netflix, CTS, Eventim oder andere Titel, haben deutlich outperformed in seinem Portfolio und die Überperformance mehr oder weniger, oder halt diese Performance dargelegt und nicht dieses stetige Rebalancing auf unter 1%. Aber, das ist jetzt nur meine kritische Betrachtung, natürlich kann diese Strategie in den kommenden 10 Jahren genau die Best-Performance und eine Überperformance zum gesamten Markt, wie den, oder halt eine Überperformance gegenüber dem Vanguard-Fozial-World, dem IHS-MSCI-World, in Kombination mit dem Emerging Markets führen. Und dann hat der liebe Gerd Kommer natürlich zu Recht vielleicht die 0,5% Tear und Kosten verlangt und hat den Anlegern mehr Performance gebracht. Was aber deutlich, deutlich immer wieder zur Performance sorgt und auch immer wieder zur Performance bringt, ist natürlich der Daumen nach oben, meine Lieben. Ja, der Daumen nach oben sorgt für eure Performance in eurem Portfolio und da würde ich einfach sagen, den müsst ihr drücken und da ist ein Minimum 10% von eurem Portfolio mit drin. Aber wenn wir uns so ein bisschen auch mal den Vergleich ziehen, der Gerd Kommer ETF versus den MSCI World Index, wie da die Top-Titel sind, da sieht man das auch wieder relativ gut, die 1%-Regel versus entsprechend die eben nicht 1%-Regel, dann sieht man halt einfach, dass Alphabet, Nvidia, Apple und auch Microsoft, ja, deutlich, deutlich mehr gewichtet sind natürlich, ja. Ich finde jetzt hier besonders auch speziell, nimmt hier natürlich speziell den MSCI World als Vergleich, hier hätte er auch den Vanguard-Fozial-World nehmen können, dann wäre das jetzt nicht so ausgeartet, denn man sieht auch relativ gut, hier ist dann Apple schon bei über 5% und Microsoft bei über 4% und Nvidia bei fast 2%. Bei der Länderallokation nimmt er auch den MSCI World und dann sieht man hier auch relativ gut, dass der Gerd Kommer ETF natürlich deutlich, deutlich weniger USA-Anteil hat und natürlich auch bei anderen, also Emerging Markets, natürlich einen riesigen Anteil hat sozusagen, aber auch hier ist das natürlich ein schwieriger Vergleich. Er hätte auch tatsächlicherweise einen zum Beispiel Vanguard oder einen Fuzi All World in dem Kontext nehmen sollen, das geht ja hier nur um den Index und da ist dann natürlich auch schwierige Sache, dann wäre das jetzt nicht so extrem gewesen oder der Unterschied nicht so extrem gewesen, wenn man das so sagen darf, weil dann hätte man sehen können, ah, okay, beim MSCI World, da haben wir fast 70% USA-Anteil und beim Vanguard oder beim Fuzi All World sind es halt ungefähr 57%. Dann sieht der Vergleich nicht so extrem aus, also auch hier muss ich ehrlicherweise natürlich zugestehen, er nimmt sich natürlich das als Vergleich, was für ihn dann natürlich diese höhere Diskrepanz zeigt und wow, oh, okay, ich bin ja viel diversifizierter mit dem Gerd Kommer ETF. Aber es wird dann so ein bisschen außen vor gelassen, dass man, wenn man den MSCI World nimmt, dass man halt da meistens eine Kombination aus dem MSCI World, also einem Core MSCI World und halt einem Emerging Markets ETF halt hat. Aber hätte man den Fuzi All World genommen, sieht ja der Vergleich jetzt nicht so drastisch aus. Was auch wieder so ein Punkt ist, was beim Gerd Kommer ETF etwas schwieriger ist, ist nämlich die Auswahl der Aktien und die Gewichtung, die ist nicht ganz klar oder transparent, ist auch für mich tatsächlich nachvollziehbar. Also bei einem Vanguard, Fuzi All World, ganz klar geht es auch viel um Marktkapitalisierung und Co. Beim Gerd Kommer ETF geht es halt eben um folgende Merkmale, und zwar Size, also die Größe des Unternehmens, Value, Quality, Investment, Momentum und Political Risk. All diese Faktoren kommen da rein und führen zur Entscheidung, was wird wie viel gewichtet. Und es ist natürlich jetzt für mich schwierig nachzuvollziehen, wie in welcher Gewichtung das stattfindet, weil das jetzt nicht oder ich zumindest nicht öffentlich gefunden habe, mit was für Kriterien das funktioniert. Wahrscheinlich ist das ja natürlich auch irgendein Algorithmus, der da automatisiert läuft, mit eben verschiedenen Parametern, die vielleicht auch nach und nach angepasst werden, hoffe ich zumindest, weil sich auch politische Risiken, Momentum und Co. natürlich alles so ein bisschen mit der Zeit dann auch verändert. Aber das sind alles so Punkte, wo ich auch sagen muss, okay, da wäre für mich ein Fragezeichen als Privatanleger tatsächlich offen. Was man auch sagen muss, ist natürlich, dass ganz klar die Zielgruppe, und das schreibt er tatsächlich auch hier in seinem Factsheet, aber natürlich auch auf seiner Seite oder auch in vielen Interviews diese sogenannten Selbstentscheider sind. Mit Selbstentscheidern ist natürlich gemeint, Leute wie dich, mich oder andere Investoren, die selber ein Aktienportfolio haben, selber in ETFs investieren und zum Beispiel ich mich entschieden habe, in den Vanguard Futsi All World zu investieren, genauso wie viele von euch auch. Und hier ist es natürlich so, dass das nicht ein ETF ist, der zum Beispiel herkömmlich so empfohlen wird von irgendwelchen Bankberatern. Hier hat der Gerd Kommer, und da muss ich ihm natürlich auch Bonuspunkte geben, ganz klar erkannt, in welche Richtung wir uns bewegen, mit diesem Selbstentscheider, Selbstinformieren und dann zur Investitionsmöglichkeit kommen. Daher auch diese ganzen Neo-Broker, wo du halt relativ easy per App Depot eröffnen kannst, die ersten Aktien, ETFs und Co. kaufen kannst. Und so sich das mit der Zeit dann tatsächlich entwickelt. Ist er tatsächlich in einem Markt gerade, oder dieser ETF, den er gerade lanciert hat, in einem Markt, der gerade sehr gut wächst und mit seinem Namen, so als Papst der ETFs und Co., das tatsächlich eigentlich ein großer Pluspunkt ist. Ja, also er hat hier mehr oder weniger eine Marktlücke, oder nicht eine Marktlücke, aber einen Markt gesehen, der halt groß am Wachsen ist. Hier haben wir noch das Punkt Ton Nachhaltigkeit. Sie erwähnen ja dieses Nachhaltigkeitsthema. Sie haben einige Screening-Faktoren, wo Sie bestimmte Titel rausfiltern. Aber es ist ein sehr, sehr leichtes Screening. Also er hat nicht diesen offiziellen ESG-Faktor, aber es gibt einzelne Faktoren, wo zum Beispiel irgendwie Kohle rausgeklammert wird oder bestimmte Branchen, die halt entsprechend eben nicht solche Kriterien sind oder irgendwie die Top 3 schlimmsten aus diesen bestimmten Branchen werden rausgeklammert. Solche Geschichten. Aber ESG, so mit diesem wirklich offiziellen Begriff, ist dieser ETF tatsächlich nicht, weil sonst würden wir das tatsächlich auch sehen in der Beschriftung und Beschreibung des ETFs. Aber nichtsdestotrotz, meiner Meinung nach, definitiv auch wieder so ein Anhaltspunkt oder Ansatzpunkt, wo er dann auch Leute tatsächlich mitnimmt, die auf eben solche Sachen achten und sagen, hey, ich wollte schon immer investieren, aber eben dieses Nachhaltigkeitsthema hat mich davon abgehalten und hier dann eine Möglichkeit bieten, zumindest einen kleinen Teil für das Gewissen zu tun und so ein bisschen auf emotionaler Basis tatsächlich ein Investment mehr oder weniger zu erleichtern, dass man sagt, okay, diese emotionale Hürde mit Nachhaltigkeit und Co. wird einem genommen oder zu einem gewissen Grad genommen und sagen, hey, für mein Gewissen, da kann ich Gewissen oder mit gutem Gewissen in diesen ETF investieren. Was beim Vanguard FTSE All World, da der wirklich stur nach Marktkapitalisierung und Co. geht und jetzt nicht ein ESG-Kriterium hat, tatsächlich eben nicht der Fall ist. Aber eben, das sind halt eben völlig andere Grundansätze. Der Vanguard FTSE All World ist rein komplett passiv, da wird nichts aktiv irgendwie gemanagt und Co. Beim Gerd-Kommer-ETF ist das so ein bisschen eine Kombination, wo auch hier und da in den Hintergründen natürlich viel Entscheidungen mit eintreffen und das deutlich aktiver zustatten geht. Es ist aber so, wie er mehr oder weniger gebrandet ist, der ETF, nicht ein aktiv gemanagter Fonds. Oder zumindest nimmt er nicht diese Worte in den Mund, obwohl es schon teilweise Grundzüge zu dem hat. Und es ist tatsächlich, wenn man das jetzt so vergleichen würde, zu einem aktiv gemanagten Fonds relativ kostengünstig. Aber im Vergleich zu einem ETF ist 0,5% pro Jahr schon eher etwas teurer. Es gibt natürlich auch viele weitere Alternativen. Wir haben den iShares Core MSCI World eben, wie schon auch erwähnt. Das ist der MSCI World, der auch zum Vergleich herzieht mit 0,2% PA. Wir haben auch ein viel, viel größeres Fondsvolumen von 50 Milliarden. Dann haben wir auch was neu rausgekommen, ist der Invesco FTSE All World, der thesaurierende mit 0,15%. Also es gibt viele Alternativen, die jetzt hier nach und nach auf den Markt kommen. Und ich muss mich jetzt so als Fazit so die Frage stellen, was für einen Mehrwert bietet mir dieser Gerd Kommer Multifaktor Equity ETF? Wenn er diese Outperformance von ungefähr 1% pro Jahr im Durchschnitt erzielt, oder das, was so ein bisschen das Ziel ist, dann denke ich mir, okay, dann hat er definitiv besser performt. Die Frage ist natürlich in der Realität, wird er in 10 Jahren rückwirkend gesehen 1% pro Jahr im Schnitt mehr performt haben, als zum Beispiel in Vanguard 4C All World? Und wenn ja, okay, dann hat sich das gelohnt. Und wenn nicht, dann ist natürlich die Frage, okay, wenn er gleich performen wird oder gleich performt hat, wie der Vanguard 4C All World, ich aber mehr Gebühren hatte, dann habe ich am Ende des Tages trotzdem weniger Geld. Und ich persönlich bin der Meinung, dieser ETF hat definitiv eine Daseinsberechtigung. Die Zeit wird zeigen, ob das ein guter ETF sein wird. Ich persönlich halte weiterhin stets fest an meinem 4C All World, möchte da sehr passiv in die ganze Welt investieren und hier nicht noch zusätzliche Faktoren und so weiter mit rein einbauen, sondern möchte wirklich die Welt so abbilden, wie sie ist mit der Marktkapitalisierung. Aber das ist einfach mein Ansatz. Anschauen lohnt sich definitiv. Definitiv, ich persönlich bin jetzt mal grundsätzlich eher mal noch so ein bisschen skeptisch, aber ich lasse mich gerne des Besseren belehren und würde mich natürlich interessieren, wie ihr zu diesem Gerd Kommer Multifaktor Equity ETF steht, was eure Meinung dazu ist. Vielleicht seid ihr auch schon investiert und seid eine der Personen, die fast jetzt mittlerweile, glaube ich, beide zusammen gesehen, 60 Millionen an Fondsgröße erreicht hat. Dann gerne unten in die Kommentare reinschreiben, euer Feedback dazu. Ich persönlich werde das Ganze mehr von der Seitenlinie betrachten und das Ganze über die kommenden Monate und Jahre beobachten, wie sich dieser Gerd Kommer ETF mehr oder weniger performt. Und ansonsten, wenn ihr auch mit dem Thema Investieren jetzt gerade erst startet und zurechtkommen wollt, kann ich euch diese Videoreihe empfehlen, denn da zeige ich euch Schritt für Schritt, wie ihr von A bis Z mit dem Thema Investieren klarkommt, investieren könnt und tatsächlich euer erstes eigenes Portfolio aufbaut. Darum hier auf dieses Video drücken. Abonniert. So. Arsch. Sonst fehlt eine designedzehinde. Hier geht es auf das Leereen auf. Moine Laatkommer Irak. estão ab Betweennen, denn da ist ein Beiz Ж 있 worden. Kung-T's Klop. Dedanschaft hat eigentlich eine 할be.